die rente mit 63 was verbirgt sich dahinter mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ich bekomme immer wieder ganz ganz viele anfragen zum thema altersrente die verschiedenen altersrentenarten die anspruchsvoraussetzung für die altersrentenarten und vor allen dingen kommt dann immer auch wieder dieser begriff rente mit 63 hervor und ich hatte letztens eine anfrage da wollte also praktisch eine dame von mir wissen was verbirgt sich denn nun wirklich hinter der rente mit 63 ich glaube ich hatte da schon dazu ein paar videos gedreht ich will jetzt mal ein bisschen näher tiefer darauf eingehen was denn eigentlich hinter diesem mythos rente mit 63 wirklich steckt meine damen und herren ist es eine eigene altersrentenart oder was für altersrenten stecken denn eigentlich wirklich dahinter steigen wir doch einfach mal ein ich habe eine kleine übersicht gemacht für sie und dann schon geht's los gucken wir mal ob wir hier licht ins dunkel bringen können also die rente mit 63 ist ein umgangssprachlicher begriff und stellt keine eigene rentenart im sinne des gesetzlichen rentenrechts dar wir haben aktuell fünf altersrentenarten die eine davon ist eine knappschaftliche altersrente die will ich gar nicht mehr erwähnen und die normalen altersrentenarten das ist zum einen erstens die regel altersrente zum zweiten die altersrente für langjährig versicherte zum dritten die altersrente für schwerbehinderte menschen und last but not least die altersrente für besonders langjährig versicherte und die rente mit 63 beschreibt zwei verschiedene altersrenten die bereits vor erreichen der regel altersgrenze bezogen werden können das ist zum einen die altersrente für langjährig versicherte und zum anderen die altersrente für besonders langjährig versicherte ja sie zweit so steigen wir einfach mal einen die altersrente für langjährig versicherte die altersrente für langjährig versicherte die können sie mit erreichen des 63 lebensjahres und 35 jahre wartezeit in anspruch nehmen wenn sie also die wartezeit von 35 jahren erfüllt haben man kann es auch mindestversicherungszeit nennen aber im gesetz ist es so nicht beschrieben kann frühest möglich mit 63 diese altersrente in anspruch genommen werden allerdings meine damen und herren aufgepasst diese altersrente wenn sie die frühest möglich in anspruch nehmen kriegen sie dafür einen abschlag und für jeden kalendermonat den die rente vor erreichen oder der regel altersgrenze in anspruch genommen wird oder beginnt werden 0,3 prozent von dieser rente abgezogen maximal 14,4 prozent für die versicherten die nach 1964 geboren sind das ist die höchststrafe sage ich immer wieder denn für die leute gilt dann die regel altersgrenze mit 67 der verminderungszeitraum ist immer der zeitraum vom 63 lebensjahr bis zum erreichen der eigenen individuellen regel altersgrenze also das bitte nicht verwechseln und damit es auch gleich klar ist dieser abschlag der bleibt immer bestehen auch wenn sie später einmal die regel altersrente regulär die regel altersgrenze regulär erreichen bleibt diese dieser abschlag bestehen denn die rente als solche so wie sie bewilligt worden ist bleibt dann nämlich auch bestehen zweite rente die altersrente für besonders langjährig versicherte nach 45 jahren wartezeit wer die wartezeit von 45 jahren erfüllt hat kann bereits auch vor erreichen der regel des lebensalters der regel altersgrenze in diese altersrente gehen die nennt man dann auch altersrente für besonders langjährig versicherte weil das wort besonders heißt ich muss noch zehn jahre länger nachweisen als nur die 35 jahre sondern ich habe dann 45 jahre wartezeit und diese altersrente ist immer abschlagsfrei und umgangssprachlich wird diese rente auch rente mit 63 genannt und der hintergrund ist der mit der einführung der neuen art dieser besondere altersrente für besonders langjährig versichert zum 8 7 2014 das war die sogenannte nahles rente ja sprichwörtlich hat ja die frau andrea nahles von der spd diese rente diese art der rente aus der taufe gehoben konnten die leute die vor 1953 geboren waren mit nachweis 45 jahre wartezeit glatt mit 63 jahren in rente gehen das war aber der einzigste geburtsjahrgang der dann auch wirklich mit 63 in rente gehen konnte normalerweise müsste man eigentlich sagen nicht rente mit 63 sondern rente dann ab 63 weil die geburtsjahrgänge nach 1952 dann immer zwei kalendermonate später in rente gehen konnten je nachdem wann sie geboren waren also der abschlagsfreie renten eintritt zum vollendeten 63 lebensjahr ist praktisch für die leute die nach 1953 geboren worden sind nicht mehr möglich wer zum beispiel 1959 geboren wurde der kommt der kann jetzt mit 64 jahren und zwei kalendermonaten in diese altersrente gehen oder diese dann in anspruch nehmen voraussetzung ist wirklich 45 jahre wartezeit und entsprechend hier die das lebensalter das kernproblem ist also dass ich hier für diese altersrentenart zwingend zwei voraussetzungen brauche ich brauche das entsprechende lebensalter ja je nachdem welcher geburtsjahrgang ich bin und dann auch die 45 jahre wartezeit also ich habe ja hier dieses beispiel schon mal genannt diese altersrente können sie nicht vorzeitig in anspruch nehmen das heißt also es muss neben den 45 jahren wartezeit auch das entsprechende lebensalter vorliegen bitte eins auch nicht vergessen die 45 jahre wartezeit sind nicht zwingend gleichzusetzen damit dass sie auch tatsächlich 45 jahre gearbeitet haben das heißt also wer zum beispiel mit vollendung des 16 lebensjahres eine berufsausbildung hatte und immer arbeiten war der kann die 45 jahre sicherlich erreichen aber ich kenne auch viele fälle die waren die haben dann zwischendurch mal eine fachschule gemacht oder so was die haben dann meistens pech die erreichen die 45 jahre nicht obwohl sie an sich vom 16 lebensjahr bis zum 64 lebensjahr voll durch geackert haben aber meine damen und herren dafür gibt es ja dann auch die renten auskünfte die ihnen dann auch klipp und klar sagen ob sie die wartezeit der 45 jahre tatsächlich erfüllt haben oder nicht also ich hoffe ich habe sie einfach noch mal aufgeklärt zum thema mythos rente mit 63 was steckt eigentlich dahinter es ist keine eigene rentenart dahinter verbergen sich im grunde genommen zwei altersrenten arten nämlich die altersrente für langjährig versicherte wie beschrieben und auch die altersrente für besonders langjährig versicherte näher zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel